Munchkin im Wunderland ist ein Brettspiel für zwei bis sechs Spieler. Es besteht aus dem Spielplan, einem Würfel, sechs verschiedenen Spielfiguren, 30 Monsterkarten und 70 Schatzkarten. Jeder Spieler erhält eine Spielfigur, welche auf das Feld Eingang gestellt wird. Die Schatzkarten werden gut durchmischt und jeder Spieler erhält drei Stück davon. Die restlichen Karten werden verdeckt auf den Schatzkartenplatz gelegt. Nun werden noch die Monsterkarten gut durchmischt und verdeckt auf den Monsterkartenplatz gelegt. Nun wird noch ein Spieler bestimmt, der beginnt und anschließend geht das Spiel im Uhrzeigersinn voran. Und das so lange, bis das Spiel vorbei ist. Während eines Zuges bewegt man sich immer auf dem Spielplan. Jedes Feld, auf dem man endet, wird genutzt. Eventuell kämpft man sogar gegen Monster. Danach ist der Zug vorbei und der nächste Spieler kommt nun an die Reihe. Das geht so lange weiter, bis die letzte Schatzkarte gezogen wurde. Es gibt zwei verschiedene Arten von Karten. Monster und Schätze. Monsterkarten kommen immer dann zum Einsatz, wenn man in einem Raum stoppt und Monster bekämpft. Näheres dazu, etwas später im Video. Die Monsterkarten helfen immer den Monstern, die auf dem Spielplan abgebildet sind. Auf einigen Monsterkarten steht zum Beispiel, ziehe zwei Monster oder sogar ziehe drei Monster. Wenn so eine Karte aufgedeckt wird, sieht man dementsprechend viele Monsterkarten. Denn sogar ein schwaches Monster kann mehrere Verbündete haben. Die Schatzkarten wiederum helfen einem dabei, Monster zu besiegen. Was einem selbst dann noch mehr Schätze einbringt. Die meisten der Schätze geben einen einmaligen Bonus, wenn man mit ihnen ein Monster bekämpft oder sie einem gestatten, andere Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel ein Würfelwurf zu wiederholen. Nachdem man einen wirksamen Schatz ausgespielt hat, wirft man ihn auf den Ablagestapel für Schatzkarten. Einige Schatzkarten haben dagegen den Zusatz Freund. Man darf diesen Freund als permanenten Bonus einsetzen, indem man ihn, das ist jederzeit möglich, vor sich auslegt. Permanent bedeutet in diesem Fall, dass die Wirkung anhält und sich nicht auf eine einmalige Verwendung beschränkt. Man darf allerdings nur zwei Freunde gleichzeitig haben. Hat man bereits zwei Freunde vor sich liegen und man sieht einen weiteren und möchte diesen auch ausspielen, so muss man einen der bereits liegenden Freunde abwerfen. Die Schatzkarten haben, mit Ausnahme der Freunde, einen Goldwert. Am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der das meiste Gold auf seiner Hand hat. Übrigens, für den seltenen Fall, dass sich der Kartentext und diese Regel widersprechen, geht der Kartentext vor. Auf dem Spielplan befinden sich sechs verschiedene Monsterräume. In diesen halten sich Monster auf. Hier zum Beispiel die Herzdame, hier die weise Königin, Bandersnatch, Wodschum, die rote Königin und der Chabaworki. Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt. Er kann sich nun frei auswählen, in welche Richtung er sich bewegen möchte. Eins, zwei, drei. Manche Felder haben besondere Auswirkungen, wenn man die Bewegung auf ihnen beendet. Wenn man sich in den Eingang oder in einem Monsterraum bewegt, muss man darin stehen bleiben. Das gilt aber auch dann, wenn man noch nicht die ganze Bewegung verbraucht hat. Würde ich hier zum Beispiel eine 4 würfeln. Eins, zwei, drei, vier darf ich nicht durch das Feld durchgehen, sondern muss im Monsterraum stehen bleiben. Jetzt zu den speziellen Feldern. Endet die Bewegung auf dem Feld mit einem Würfelsymbol. So darf man erneut würfeln. Endet man auf dem Feld mit einer Schatztruhe, darf man sich eine Schatzkarte ziehen. Endet eine Bewegung allerdings auf einer Monsterabbildung. Dann muss man sich unverzüglich in den Raum des jeweiligen Monsters begeben und dieses auch bekämpfen. Dazu komme ich noch etwas später im Video. Landet man im Eingang des Spielfelds. So wird eine Schatzkarte gezogen und erneut gewürfelt. Die Spielfigur wird dann in den Raum versetzt, dessen Nummer der Augenzahl des Wurfs entspricht. Das ist hier abgebildet. Sechs, sechs, Chabawaki. Kommen wir jetzt zu den Monsterräumen und wie man ein Monster bekämpft. Wie wir bereits wissen, kommt es automatisch zu einem Kampf, sobald man sich in einem Monsterraum befindet. Auf dem Spielplan gibt es insgesamt sechs davon. Wenn man sich in diesem Raum befindet, muss man stehen bleiben und gegen das dort lebende Monster kämpfen. Jedes Monster und jeder Spieler hat einen Wert für Stärke. Wenn man einen Monsterraum betritt, zieht man eine oder mehrere Monsterkarten. So findet man heraus, gegen welches Monster man kämpft. Die Stärke des Monsters entspricht der Zahl, die auf dem Monsterraum aufgedruckt ist, plus der Zahl, die auf der Monsterkarte steht. Diese symbolische steht für die Anzahl an Monsterkarten. Es kann nämlich auch vorkommen, dass man zum Beispiel zwei Monsterkarten hinzuziehen muss oder aber sogar auch eine Monsterkarte plus das Würfelergebnis. Für den Fall, dass der Monsterkartenstapel leer sein sollte, mischt man den Ablagestapel durch und legt ihn wieder verdeckt hierher. Also, hier in diesem Fall hat das Monster eine Stärke von 8 plus 2, also 10. Um die eigene Stärke zu bestimmen, würfelt man mit einem Würfel und zählt das Ergebnis zu dem Bohnen hinzu, die man durch die vor sich liegenden Freunde bekommt. Nach dem Würfeln kann man dann auch noch beliebige Schätze von der eigenen Hand spielen, um sich selbst noch stärker zu machen. Man kann im Notfall dann aber auch noch versuchen, Hilfe zu bekommen. Dazu etwas später im Video. Also, hier in diesem Fall, ich habe eine 6 gewürfelt. Mein Freund der Weise Ritter hat einen Bonus von 2, bin ich bei 8. Ich benötige eine Stärke von 10. Dann setze ich hier noch meinen Schatz den Spiegel ein mit 5 Bonuspunkten. Wer hat nun gewonnen? Die Stärke vom Spieler wird mit der Stärke des Monsters verglichen. Wer nun die größere Stärke hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand gewinnt übrigens der Spieler. Hat man den Kampf gegen das Monster gewonnen, sieht man so viele Schatzkarten, wie Schatzthron abgebildet sind. Diese Schätze muss man den Mitspielern übrigens nicht zeigen, es sei denn, einer davon hat einem geholfen. Unabhängig vom Ausgang des Kampfes werden die Monsterkarten auf den Ablagestapel gelegt. Hat man Schätze verwendet, müssen diese ebenfalls auf den Ablagestapel für Schatzkarten gelegt werden. Freunde dürfen permanent bleiben. Allerdings muss man darauf achten, dass man ja nur maximal zwei Freunde besitzen darf. Somit muss dieser weggeworfen werden. Hat man allerdings den Kampf gegen ein Monster verloren, so muss man weglaufen. Man würfelt und geht so viele Felder vom Monsterraum weg, wie der Würfel anzeigt. Zusätzlich muss ein Freund abgeworfen werden. Falls man keinen Freund besitzt, muss man einen beliebigen Schatz abwerfen. Man muss ein Monster übrigens nicht immer alleine bekämpfen. Man kann einen beliebigen Mitspieler, der im Umkreis von sechs Feldern zum Monsterraum ist, fragen, ob er helfen möchte. Wenn er helfen möchte, versetzt er die Spielfigur in den jeweiligen Raum. Man darf pro Kampf aber immer nur einen Helfer haben. Dieser Helfer würfelt mit dem Würfel und datiert das Ergebnis und die Boni der ausliegenden Freunde zum Ergebnis dazu. Außerdem darf er nach den Würfeln auch eigene Schätze von seiner Hand ausspielen. Wenn die gemeinsame Stärke mindestens so hoch ist wie die des Monsters, dann gewinnen die Spieler den Kampf. Nachdem die jeweiligen Schätze gezogen wurden, werden sie den Mitspielern gezeigt und der Helfer darf sich eine davon aussuchen. Das Spiel endet sofort, sobald ein Spieler die letzte Schatzkarte gezogen hat. Falls man mehrere Schätze ziehen dürfte, als noch Karten vorhanden sind, so werden die abgelegten Schatzkarten durchgemischt, zu einem neuen Stapel gebildet und die restlichen davon gezogen. Jeder Spieler zählt nun all sein Gold zusammen. Es gewinnt der Spieler mit dem meisten Gold auf der Hand. Falls mehrere Spieler die gleiche Menge an Gold auf der Hand haben, gewinnen sie zusammen.